Oh, da sind wir nochmal. Wir wollen uns nicht ganz unterbuttern lassen. Probieren es auch nochmal mit dem In-Game-Boys-Chat und... Was geht in deinem Chat ab? Wir haben auch gerade nochmal geguckt gehabt, hier gibt es verschiedene Outfits, wenn man bestimmte Sachen geschafft hat. Und hat Sicherung zerstört. Die werden wir nie sehen, aber ihr wisst, dass es sie gibt. So, auf geht's. So, auf geht's. Einmal weg, es geht. Ich muss jetzt mal eine Lampen in der Wand an, hier. Warum geht das denn hier nicht um? Da brauchst du eine Schlüssel für. Hier ist eine Ratte. Gewesen. Hat schon wer den Schlüssel? 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 Hab ich. Ja, hat die Not. Und die Not. Yeah. Hat die in Spotart. Oh. Oh nein. Hallo. Hat sie doch nicht. Hat sie doch nicht. Und jetzt muss es jetzt... Also mach ich sie immer wieder zu. Jetzt bis... Hält ihr jetzt mal auf, hier. Ich werd... Ah! 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 Wir tolle Geisterjägers sind wir. Wir haben grad gesagt, wir wollen uns nicht schneller machen. Oh nein. Wir haben grad gesagt, wir wollen uns nicht schneller machen. Oh nein. Können wir jetzt an. Alter, was ist denn das? Was? Ähm. 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 Wir haben da jetzt doch den Kultuschen genommen. Ich hab das extra nicht gemacht, damit wir nicht mit den Robots in den Augen genommen haben. Aber jetzt müsst ihr euch das auch alle mal angucken. Ja, ja. Ja, ja. Wie sieht's... Was ich eben gemacht hatte, so wart ihr nicht dabei. Wie getasert wird. Ach man, diese Steuerung. Hä? Warte, warte, warte. Wir sind hier. Mary. Omi. Können wir nicht vorher so eine Sicherung hierher bringen, solange die da halt noch rumliegen? Ich hab hier eine. Ich hab hier auch. Ich hab hier auch eine hier. Nein, 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 ich auch. Ich hab's nur nebengelegt. Wollen wir dann erstmal holen, bevor wir warten machen? Ach, hier ist sie. Ja. Sie hört Musik. Das ist ja auch gemein. Du hast die vollen bei Musik hören gestürt. Sie hört voll die geile Muckung wahrscheinlich. Und chillt ihren Nuggets. Wieso richtig am chillen? Wie voll die Hörer hat sie. Lassen wir sie doch einfach so liegen, oder? Ja. Find ich aber auch. Guck mal, sie sagt auch grad... Ich glaub, das heißt so viel wie Ja voll geil. Ja dann, lassen wir sie in Ruhe. Lassen wir unss a-tschü¨ Tschau Molly. Schön das wir dich mal wieder gesehen haben. Die Suchzeit ist vorbei. Schade. Also suchen wir erstmal vier Ratten oder Sicherungen am besten. Und Schlüssel. Pi Pi Pi. Rati Titi. Rati Happy. So. Wir können glaube ich nicht anfangen. Naja wir können ja schon mal. Brauchen die Schlüssel erst wenn sie läuft? Ja viele Türen sind einfach zu. Also nicht verschlossen, sie sind halt einfach nur zu. Ach so. Dann werden wir sie wohl kurz wecken müssen. Damit sie uns mal den Generalschlüssel gibt. Kommt eigentlich noch wer oder kann ich drücken? Ich drücke mal. Das hat dir gefallen. Das ist schön. Ist eine drin? Ah. Warte auf mich. Jetzt renn du aber nicht mehr weg. Du hast gerade selber gesagt. Wir sollen zusammen bleiben. Jetzt noch einen Schlüssel nehmen. Ich hab den Zellenschlüssel. Oh, wo war das? Was ist das? Das ist das Meerbär. Ja. Ich glaube auch. Warum ist das? Ein sehr zustimmendes Gerunzen. Ich würde erstmal nur Sicherungen sammeln, dachte ich. Na man, na. Wenn wir auch. Ist man einfach auch hier sammeln oder so? Und Boden schmeißen. So. Krankenhaus, östliches Wohnheim, Leichenschauhaus habe ich. Oh. Leichenschauhaus war unten irgendwo, ne? Ja. Das ist das, wo wir gerade herkamen. Das östliches Ding ist zwar irgendwo oben. Warum habe ich den Zoli verloren? Und wo war doch hier das östliche Wohnheim, wo man den... Ja. Sonst was hier? Das ist ein westliches Wohnheim. Okay, dann brauche ich wahrscheinlich die andere Seite. Starti. Hier ist noch eine Sicherung, die du mitnehmen kannst. Ja. Wir haben angefangen, ja. Du, 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 du. Stopp. Aufräumen hier. Die Aussie bei Hotend Hotend hier. Da hin. Ich glaube, wir haben schon fast genug. Oben liegen auch noch so viele. Muss sie langsam mal runter holen. Muss sie auch griffbereit haben, wenn wir sie brauchen. Ja. Ja. Ja, oben bringen sie nicht viel. Ja, wir müssten halt nicht weit laufen, um sie zu holen. Von daher... Ginge auch, aber... Äh. Nehmen die... Danke. Nein. Das ist eine Wand. Also... Möchtest du die extra durchlassen? Du kamst nicht und dann will ich gehen, dann kommst du im Wind gegen. Hör auf, gegen Wände zu laufen. Hör auf, gegen Wände zu laufen. Hör auf, gegen Wände zu laufen. Dann haben wir sieben. Da oben haben wir noch so viele liegen, das sind bestimmt... Jetzt an die Zehen. Wir brauchen ja echt gut Zehen, die können wir ja nicht irgendwie verlieren oder was? Vermutlich nicht, ne. Wir haben genug. 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 Nach den ersten Ratten auf jeden Fall, ja. Ich glaube, bei den Ziegen hatten sie gesagt, die gehen langsam dahin zurück, wo du sie gefunden hast. Aber du brauchst ja jedes Mal wieder Essen, dann brauchen wir nämlich total viel Essen, wenn wir hier alles weiter haben. Vier, neun... Und zehn, ja? Wir haben genug. Da müssen wir dann gleich aber zusammenbleiben, ne? Nach den ersten Ratten auf jeden Fall, ja. So, eine zur Sicherheit. Man weiß ja nie, wenn eine kaputt ist, ne? Stopp. Dann besorge ich mir auch mal ne Ratte. Ratte, Ratte, Ratte hoch. Ich hab ne Ratte. Yay. Warte, ich komm mit. Ich begleite dich. Noch ist ja nix los. Ratte, Ratte. Achtung, sie landt hier auch rum, aber sie macht ja gar nichts. Ah, noch. Noch hat sie keinen Bock. Ratte, Ratte. Ratte. Ratte, Ratte, Ratte. Ratte, Ratte. Ratte, Ratte. Ratte, Ratte. Ratte, Ratte. Es sind nur zwei Ratte. Hallo. Guck mal hier. Ja. Ratte, Ratte, Ratte hoch. Oh. Platzorientierungsprobleme. Ratte. Ratte. Eine Dame, Ratte. Wo hast du deine her? Äh, oben aus irgendeinem Zimmer. Da war aber noch eine. Tatsächlich. Weil oben auf dem Gang, über dem Feuer waren noch zwei und oben im Bad war noch eine. Das heißt, da hätten wir auf alle Fälle noch drei Ratten. Okay. Da oben in dem Zimmer, wo ich die jetzt herhabe, war auch noch eine. Und alle haben eine Ratte. Und alle haben eine Ratte. Und alle haben eine Ratte. Oben auf der. Nee, drüber steht nicht. Alle haben eine Ratte. Du bist so klein, es tut mir leid. Ja dann, los geht's. Action. Okay, einer Schalter, einer Ratte und einer Dings. Ach, wir können gar nicht, ne? Ich war's für löst. Doch, weiter können wir. Ja, weil wir verlieren die Ratte. Ja, erst ablegen, einer. Der erste Ableger muss dann halt direkt die Sicherung reinmachen. Nein. Wer die Ratte drauf tut, macht danach die Sicherung weg. Ach so, okay. Achtung, eins, zwei, drei. Komm schon. Schnell weiter. Schnell weiter weiter weiter. Sinn. Läuft. Warte, mach hin. Bin drin. Na Ratte? Halter. 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 So, ich hab noch eine. Oh jetzt Mary. Los Mary. Ja, ja, ja. Mary. Hatte. Wieso ist keiner bei den Sicherung? Warte. Halter. Halter. Alter. Ist drin. Die wird schon... Vielleicht warten, bis sie unten ist hier. Sie kommt irgendwie nicht. Die kommt gleich. Ich weiß nicht, die hängt. Die hätte doch schon lange da sein müssen. Die wurde grad fünfmal hintereinander geschockt. Ich glaub, die kamen in der Zeit, wenn ich weiß. Letztes Mal war's auch gleich hier unten. Na komm, sonst gehen wir hoch. Not tot in drei. Hallo? Ah, Rollstuhl. Tot in drei, zwei. Ich hör sie, sie kommt. Wo ist sie? Sie kommt von unserem... Von da links 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 links. Sicher? Ja? Ne, ne. Bis überall. Nichts sicher. Das klumpft von überall gefühlt. Oben weiß ich, sind auch noch Ratten. Da, da kommt sie noch Ratten. Ach, komm. Komm. Ja, weiter mit der Ratten. Ich hab's mitgefühlt. Ja, ja. Jetzt steht der hier noch rum. Ich hab's mitgefühlt. Essen hätt' ich sogar hier. Hier. Bist du da ganz oben? Okay, du hast eine. Ist hier noch eine? Ich glaub... Unter uns war, glaub ich, einer im Flur. Da, wo sie gerade war. Da waren vorhin zumindest zwei Stück. Ah, die Fenster. Ich hab keine Ahnung, wo der Soli ist. Sonst würde ich aushelfen. Ich hab Food. Hier steht auch noch mal Food. Du kannst die Kette grad nicht nehmen. Du musst hier, äh, den runterbringen. Ah. Ich höre die Nordfund irgendwo rufen und verstehe nix. Oh shit, das ist ja wirklich. Da unten ist alles voll mit Rollstuhl... Stühlen. Passt auf. Da rufen halt alle. Oh Gott. Ja. Ja. Kannst du runter dürfen? Schön. Ich würd hier gern drüben springen. Achtung, Aggro! Ich färg, das ist schon cool, muss ich sagen. Oh. Das ist doch. So kann ich das... Kannst du gern drüber schmeißen, dann hätten wir wieder was unten. Jetzt kann ich hier lang. Das ist gut. Wir machen das schon. Schürbheilz. Zeit habe ich nicht. Hallo, hört mich wer? Ich fühle mich einsam. Was ist du denn her? Der ist ja auch noch. Vorhin noch nicht optimal, oder? Ist schon wieder einer durch die Wand? Der ist auch eine Sicherung, das wäre nett. Alter, kommen die jetzt hier im Sekunden-Takt? Ich habe jetzt eine Ratze, jetzt kann ich nicht mehr groß mithelfen oben. Die ganze Zeit hier warten. Nicht, dass sie mich weg muss. Das war's. Hallo, ist jemand da? Jemand da? Ich habe auch noch eine Ratze. Und unten sitzt noch eine. Kann er das was bringen? Irgendwas. Da wurde wer erwischt? Eine Rundreise nach oben. Yay! Juhu! Jawohl! Übrigens, nicht außen in die Ecke hocken, funktioniert. Was hat? Äh, hinhocken und Licht aus. Hat bei mir eben funktioniert zweimal. Agura mir vorbeigelaufen. Geh mal wieder zurück. Also Ratte durchnudeln, ja? Ich hab dir zwei Ratten zum durchnudeln. Auch nicht durchnudeln. Ja, im Keller sitzt eine und ich hab auch noch eine. Wir drei hätten mal zum durchnudeln. Ich hab grad keine mehr, ich brauch jetzt auch erstmal noch eine. Hat irgendwer von euch den Schlüssel zur Leichenhalle? Nein. Ja, hab ich. Da waren wir nämlich noch nicht drinnen, da konnten wir eben nicht durch. Wo ist denn die? Da standen sie grad gestorben, weil du... Ach so, ich wusste nicht, dass das die Leichenhalle ist. Dann geh doch mal, los! Ja, ich warte, ich will gucken, ob wir alle sind, da fehlt wer. Soli! Soli, Leichenhalle. Ach, der ist schon wieder am Kühlschrank. Soli, lass Leichenhalle treffen. Leichenhalle. Ufts, ufts, ufts. Triff mich, Leichenhalle. Ich bin da nicht dran. Ecke und Licht aus, wenn möglich. Da kommt Nude, da kommt Nude. Wir wollen da grad hin. Ja, treffen Leichenhalle. Ob sie ist fertig? Da ist nicht Leichenhalle oder irgendwo? Ok, der ist nicht Leichenhalle. Äh, Rennen. Leichenhalle. Ich sehe hier nicht. Ich sehe hier nicht. Achtung, Licht aus! Licht aus! Ja, ich such grad in Technik! Ja, ich such grad in Technik! Ich weiß nicht, wo ich bin! Ich bin nicht versteckt. Ach, Pfuh. Irgendwie hat's erwischt. Die Ratte, da ist die Ratte rechts. Ratte, Ratte, Ratte. Aber wen hat's jetzt erwischt? Hat's wen erwischt? Ich würde vermuten, Soli. Wenn dann, Soli. Die anderen sind alle hier. Oh, zwei Ratten. Hat noch wer essen? Nein, aber noch Ratte in der Hand halt, ne? Mist. Ja. Ja, da fehlt jetzt der Soli, der noch nicht mehr runtergekommen ist. Kannst du hier auch noch mal aufmachen, bitte? Hä? Wir sind doch bei der Leichenhalle, aber du nicht. Und hier ist eine Ratte, die jetzt abgehauen ist. Hier, hier. Aufmachen, bitte. Danke. Was denn? Da, aufmachen. Tür auf. Achso, das auch. Okay. Ja, jetzt kommen wir nämlich hier hoch. Hier ist so ein Sammelstoff-Kling. Hier ist wieder Essen. Aus. Das Problem ist, einer muss jetzt die Ratte fallen lassen, damit auch Soli retten kann. Ich lass sie hier unten mit. Mensch, was machst du denn? Alle sind in der Leichenhalle. Nur, dass Soli stirbt. Oh, sie kommt. Kommt, Achtung, sie ist da. Sie ist hier, sie ist hier, sie ist hier. Sie ist hier. Nein! Die Leichenhalle ist ein Teller. Nein! Sie hat einen raus! لا! Alter, wer pisst dich? Wort Jesu! Herr! Meine... Warte. hab nix um ihn Juhn, Juhn, Juhn Juhn, Juhn ich hab nix finde ich nix finde Ah! Olle! Welchen Weg den Tier denn bitte zur Laichenhalle? Jetzt hab ich meine Ratte verloren. Ich weiß nicht, wo wir lang sind. Hier ist ne Ratte! Hier, 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 hier! Hier, hier! Oh, sie läuft weg! Da! Ratte! Hier! Essen! Ratte! Nimm! Lecker! Vergammeltes Zeug! Vergammelte Knoppen! Wieso hab ich denn jetzt aggro? Hau ab! Ach, nee! Nee! Hast du noch? Hast du nicht gang? Oh, nee! Nee! Ah! 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 Komme! Also hier ist keine Ratte mehr. Stimmt! Da waren auch keine mehr drin. Letzter Ratte, letzte Ratte! Ja! Sohli! 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 Ratte! Ja! Ich hab's nicht hartes mal food! Aber Ratte! Ihr seid ne Ratte! Futes in Küche! Unfalls! Schön! Warum musst du nicht an die Ratte? Ja! Ja! Ach Ratte! Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Hier ist die Ratte im Fahrstuhl! Ratte im Fahrstuhl! Ratte im Fahrstuhl! Hallo! Ich hab's nicht erwischt! Wahrscheinlich! Ich verschicke mich jetzt! Da kam ein Hallo! Licht aus! Licht aus! Ich hab Licht nicht an! Oh! 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 Ich hab' ne Ratte! Ich hab' ne Ratte! Ich hab' ne Ratte! Ich hab' keine! Ich hab' keine! Ich mach' keine! Dann nimm da! Ersthilfe-Kid! Lieg da! Wo's Holykratze ist! Ich hab' auch nur meine Ratte grad fallen gelassen! Ah! Er liegt gleich hier vorne! Na! Perfekt! Hiiii! Oh! Oh ne Ratte! Hey! Ich hab' meine fallen gelassen! Ah! Werbärsratte! Haben wir noch mal Happy hier! Vielleicht sollten wir einfach mal alle Ratten, die wir gerade haben, opfern! Ich glaub' das klappt grad irgendwie nicht! Ich fänd's gut! Ja! Wir laufen die ganze Zeit so rum! Andersrum! Andersrum! Ratte! Ah! Tür! Ratte! 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 Ich mach' jetzt Solo-Play! Ich mach' das alleine! Jaja! Ich bin hinter dir alleine! Oh! Oh! Voll der Leck, oder? Auf zum fröhlichen Ratten, Grille! Sie rennt da grad runter! Sie rennt in den Keller! Warum ist sie denn jetzt hier? Sie war doch grad gar nicht hier! Ah! Oh! Sie hat nur leichte Aggro! Oh! 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 Sie ist da! Sie ist da! Sie ist da! Sie ist da! Oh! Sie kriegt Akkus! Dusche! Ich mach' das! Oh! 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 Ratte, du Truller. Doch. Pass auf, ich mach. Ja, sie hat ja die Tür blockiert. Meine Ratte. Ich mach der Ratte. Und sie hat noch winden. Wird man hier umglauben? Du bist dann zwei vorbeigerobbt. Siehst du doch auf dem Boden. Du bist doch, worauf gehst du weiter? Er hört mich nicht. Es sind so viele auf dem Fußboden und er geht dran vorbei. Achso, die. Ah, okay. Oh, noch nicht. Ich da auch mit hin? Ja, hallo. Molly, na? Achtung, sie aggut oben rum. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ich geh durch. Du Boden blockt mich. Ihr Boden weiter rauf halten. Weitere rauf halten. Dann geh ich wo mal wieder. Oh, andere Seite hoch. Ist aber schön. Okay, medikit, medikit, medikit. Es ist nur happy. Ich bin medikit. Ach, noch einer down. Hable mal runter. Ah, Mary. Hallo. Stillhalten, stillhalten, stillhalten. Ja, hab ich. Danke. So, einen mal wieder oben. Seien das noch? Haben wir noch ein... ...Helf-Kid? Oh, komm schon. Ich hab noch. Da links nehmen wir noch eins gleich. Wo ist die, wo ist die, wo ist die? Hier, hier, da ist es. Ah, da geht wer. Ah. Das müsste der Soli gewesen sein, ne? Ja. Wo war noch eins? Hier ist ein medikit, ich hole sie gerade. Okay. Hier, ich hörte mal die Ratte. Ich hab gerade eine Ratte gesehen, die würde ich eben schnell holen. Ich versuche mal den Soli zu ziehen. Soli, hol da, 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 da. Und da war ich eben auch schon. Soli, ich hole dich. Vielleicht. Scheiße. Ich hab keine Frau mehr. Ich auch nicht mehr. Laufen, laufen, laufen. Ich hab nichts mehr. Laufen, laufen, laufen. Na halt, ich hab kein Blau, ich mehr. Weg. Wie kannst denn so, Fika, die Tür? Nein, nein. 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 Oh. Wie bist du ekelhaft? Nein. 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 Dunkelwarns. Irgendwer ist da noch down. Auch erst kurz wieder ein bisschen Lila-Zeugs. Seid ihr noch lang? Ja, ja, ich seh's. Ach, Mann! Ach, Mann! Diese Troller, ey! Sie kriegt schon wieder Agro! Agro! Es sind auch noch zwei. Dankeschön! Hier waren eben auch noch zwei. Oh, ich hab'n Medikits. Alter, Jux! Da unten ist er hin. Oh! Oh! Er liegt auch noch mal. Wir malen. Ich habe den Weg geholfen. Mama, hast du dich wieder verknüpft? Wo ist denn der Saul? Ich seh's nicht. Ich hab ihn noch nicht gefunden. Ganz oben. Da wieder. Mama! Wie viele Ratten fehlen denn jetzt noch? Und sie wird auch groß. Ich bin noch nicht wieder. Ich bin noch nicht wieder. Oh Mann, oh Mann. Hä? Wir haben's geschafft. Überraschung. Wir haben's geschafft. Na, na, na! Na, na, na! Na, 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 na! Na, 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 na... Na, 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 na! Her soul is mine And I'll be back for your And I'll be back for your Oh man, oh man Get out to hell Ich glaub ich mag das Spiel nach wie vor nicht besonders Es ist aber nur laut Aber eigentlich ist das auch kein gutes Ending Ich mein, ihre Seele ist RIP Naja, aber wir leben noch Noch, genau Wir wurden nicht gebrutzelt In meinem Outfit? Nein Die, bitch Oh Gott, das will Ja, ja Das ist ein altes Miststück, du Ich dachte fast, wir schaffen es wieder nicht Ja Björn hat dann glaube ich die letzten beiden Rassen einfach nur weggebrutzelt Ja, ich hab gesehen Okay, ihr werdet schon wieder herkommen Ich brutzel mal die Rasse und gesehen Oh, da liegt eine, ich hab noch eine Es gibt noch eine, geil Wir haben die gerne für dich abgelenkt, kein Thema Ja, haben wir gut gemacht Haben wir gut gemacht, oder? Auf jeden Fall Das bringt dann auch gar nichts, ne? Wenn man die anleuchtet, bis sie kurz einmal gestunt ist und dann läuft die Ist eh viel zu schnell Die ist dann direkt wieder hinter Ja Soll ich die verstecken kann man sich von ihr auch nicht Mary hat sie gerade auch einmal voll weggetackelt, einfach so Keine Chance, irgendwas zu machen, wirklich Am Zweifel ist sie richtig, richtig heavy drauf Ja, aber wir haben es geschafft, wir haben es doch noch geschafft Yay Wir haben es auf normal geschafft, ja Ja, geil Oh Gott, ja alles andere, keine Ahnung wie man das macht, ich weiß es nicht Wir haben den Trick noch nicht raus Vielleicht wirklich so, dass man es so macht, dass man sechs Ratten weggebracht hat und dann wirklich, dass alle vier eine Ratte haben Hast du ja gesehen, Jan, ich wurde wer erwischt und wir haben dieselbe Ratte hundertmal gefangen Na, aber dann nicht so wie wir es gemacht haben, wir hatten ja am Anfang ganz viele auf einmal, sondern das wäre am Anfang eher einzeln und dann die letzten vier so auf einmal quasi Hm Und vielleicht dann schon mal guckt, dass man nur die Ratten nimmt, die wirklich doof positioniert sind und die, an die man gut rankommt, hat als letztes holt so Ich glaube, die können so auch Räume weiterpolen quasi, ne? Ich glaube, die Ratten kann doch irgendwie anscheuchen, dass die irgendwie so im Raum weitergehen Dass man die schon mal so positioniert, dass man sie so Raum an Raum an Raum hat oder so Hm Alles möglich, ich weiß es nicht Aber wir haben es geschafft und wir warten auf die nächste Map und gucken dann vielleicht nochmal rein Ja, bis dahin reicht es aber mit dem Bauer Ich denke auch Also, bis vielleicht zum nächsten Mal Tschüss Tschüss YouTube Tschüss Tschüss